Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Was sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet hat, ist nun endlich offiziell. Mit Moritz Jens holen wir unseren nächsten Neuzugang an Bord, auch das auf Leihbasis. Und unser Neuzugang soll eben nun dabei helfen, unsere Abwehr endlich zu stabilisieren. Auch ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass ich gerne noch unsere Abwehr verstärken würde, weil ich dort einfach dringenden Bedarf sehe. Und das ist nun also doch noch passiert mit einem meiner Meinung nach super interessantem Innenverteidiger. Moritz Jens bekommt bei uns die Rücknummer 25, war zuletzt bei Celtic Glasgow als Leihspieler aktiv. Sein Stammverein ist eigentlich der FC Lorient aus Frankreich. Und die Laie zu Celtic wurde eben nun aufgelöst, nachdem er dort seinen Stammplatz verloren hat, obwohl er kurz zuvor noch in der Champions League Gruppenphase alle Spiele über die volle Distanz bestritten hat. Also wir kriegen auf jeden Fall einen Spieler, der komplett im Saft ist und der mit seinen 23 Jahren natürlich auch noch jung ist, Erfahrung hat, aber auch noch weiteres Potenzial besitzt. Und ich finde, das macht ihn sehr interessant. Interessant ist auch die Vereinbarung. Auch das ist erstmal ein Leihspieler, wie es ja in diesem Winter bei jedem Neuzugang der Fall war. Vielleicht nicht das, was viele Fans gerne haben, aber natürlich das, was finanziell auf jeden Fall erstmal am sichersten ist. Denn wir leihen Moritz Jens für dieses halbe Jahr aus, zahlen dafür, wie man hört, wohl circa 200.000 Euro. Und wenn wir eben dann die Klasse halten, greift eine Kaufpflicht, die laut der Bild-Zeitung bei circa 4 Millionen Euro liegt. Und vor allen Dingen haben wir mit Moritz Jens jemanden, der als Innenverteidiger uns sofort weiterhelfen kann. Und dass wir dort Bedarf haben, hat man sicherlich selbst gesehen. Der Kicker spekuliert auch darüber, dass ein Transfer jetzt erst recht vollzogen wurde, weil man wohl nun doch damit rechnet, dass es bei Sepp Pfannenberg noch ein bisschen dauern wird. Und dann, finde ich, ist das die vollkommen richtige Entscheidung, hier nochmal nachzulegen. Und mich freut es auch, dass wir jetzt keinen 30-Jährigen oder so geholt haben, sondern wirklich mal einen 23-Jährigen, der eben auch dann möglicherweise längerfristig auf Schalke bleiben kann. Und wie so oft und wie gewohnt, gibt es natürlich auch von unseren Verantwortlichen ein paar interessante Stimmen zu unserem Neuzugang. Mit Moritz verpflichten wir einen schnellen und spielerisch starken Innenverteidiger, der in dieser Saison unter anderem in der Champions League seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Sagt unser Sportvorstand Peter Knebel. Wir beobachten Moritz seit längerem, waren schon im Sommer interessiert und sind froh, den Transfer nun realisieren zu können. Wir sind davon überzeugt, dass Moritz großes Potenzial besitzt. Und auch unser Cheftrainer Thomas Reiß ist überzeugt von Jens Qualitäten. Zwei wichtige Eigenschaften zeichnen Moritz aus. Tempo und Zweikampfstärke. Er verteidigt zudem nach vorn und verfügt über ein sicheres Passspiel. Mit seiner Art, Fußball zu spielen, wird er uns weiterhelfen. Und was man, finde ich, da auf jeden Fall schon mal raushört, ist vor allen Dingen auch die Komponente Tempo und eben auch ein gutes Aufbauspiel. Und ich finde, das sind Eigenschaften, die in unserer Abwehr bislang komplett gefehlt haben. Wenn man sich so anschaut, wie wir ein Spiel aufbauen, wie zäh das Ganze ist und wie schwer man sich da tut, finde ich, wäre es auf jeden Fall ratsam und hilfreich, eben dort jemanden zu haben, der das kann. Moritz Jens ist eben auch genau so jemand und eben auch der Tempo mitbringt. Denn auch Geschwindigkeit fehlt uns ja komplett in unserer Abwehr. Moritz Jens selber freut sich auf jeden Fall, dass er nun bei uns auf Schalke ist. Ich habe mich riesig gefreut, als ich gehört habe, dass Schalke Interesse an mir hat. Natürlich kenne ich die Tabelle und weiß, dass es ein schwerer Weg wird. Dennoch möchte ich die Aufgabe gemeinsam mit den anderen Teamkollegen angehen und sie möglichst erfolgreich bestreiten. Daher freue ich mich, von nun an das königsblaue Trikot zu tragen. Jens ist übrigens auch jetzt schon im Training mit dabei. Also das ging auf jeden Fall alles sehr, sehr zügig. Und dadurch ist es eben auch sehr, sehr gut möglich, dass wir ihn am Sonntag gegen Köln auf jeden Fall im Kader sehen. Möglicherweise schon auch in der Startelf, dann wohl möglich auch gemeinsam mit Tim Skarke. Also unsere Mannschaft für die Rückrunde wird sich auf jeden Fall, was in der ersten Elf auf jeden Fall so angeht, noch mal reichlich verändern. In dem Sinn auf jeden Fall erstmal Glück auf. Moritz Jens, willkommen auf Schalke. Ich freue mich sehr über diesen Transfer, dass das auf jeden Fall geklappt hat. Schreibt eure Meinung dazu mal sehr, sehr gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.